Hi, ich bin gerade mit deinem Geschenk fertig geworden. Und zwar habe ich nachgeschaut, welcher Song an deinem Geburtstag in den Charts auf Nummer 1 war. Und zwar ist es sowohl in den UK als auch in den USA Bobby Darin mit Magna Knife geworden. Es gab auch einen für Deutschland natürlich, aber den kennt heute keiner mehr. Darum ist es Magna Knife. Und schauen wir doch mal rein, wie es geworden ist. Musik 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 Musik